Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich heute um ein Rezensionsexemplar und das heißt Ein Blick in deine Augen von Nicole Walter. Das sieht so aus und ich finde das Cover zuckersüß. Das Buch hat 352 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Als ich dieses Cover gesehen habe, da wusste ich sofort, ich muss dieses Buch lesen, denn ich bin absoluter Alpaka-Fan und finde die einfach total zuckersüß und knuffig und deren Gesichtchen sind einfach so süß und wenn ich ein Alpaka sehe, dann zaubert mir das auf jeden Fall immer direkt ein Lächeln aufs Gesicht. Und dementsprechend wollte ich unbedingt dieses Buch lesen, in dem halt auch Alpakas eine große Rolle spielen. Und zwar geht es in diesem Buch hier nämlich um Mary Popp und sie arbeitet in einer Bank und beschäftigt sich dort halt zum Beispiel so mit Krediten, Bewilligungen von Krediten und sowas. Sie hat dort halt eben einen Fall auf dem Tisch, in dem es eben um den Archehof geht. Und der Archehof ist halt das Zuhause von einer ganz zusammengewürfelten Schar an Menschen. Zum Beispiel Henry, der seine Frau verloren hat und der immer noch von Trauer zerfressen ist. Er ist eigentlich eben derjenige, dem der Archehof gehört, der für die ganze Sache zuständig ist. Doch irgendwie ist er dazu in der letzten Zeit eben nicht in der Lage gewesen, weshalb die ganze Sache eigentlich den Bach runter geht. Er hat zwei Kinder, Bobby und Stephanie. Und Bobby hat das Down-Syndrom. Er ist, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt und er spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle in diesem Buch und ist einfach total liebenswürdig. Und da gibt es aber auch noch eine Flüchtlingsfamilie, die auf diesem Hof lebt und ein älteres Ehepaar. Und ja, sie haben dort halt eben ein neues Zuhause gefunden und eine Heimat und wollen dort natürlich nicht weg. Außerdem lebt dort eben auch eine Herde von Alpakas, die einfach zuckersüß sind. Jeder von denen hat irgendwie so seinen besonderen Charme und seinen eigenen Charakter. Und ja, das war auf jeden Fall so, wie ich mir das erhofft habe, dass sie halt eben eine große Rolle gespielt haben und immer wieder aufgetreten sind und nicht nur so nebenher vielleicht auf der Wiese gestanden haben oder so. Also das fand ich schon mal auf jeden Fall sehr gut. Jedenfalls ist es so, dass es dazu kommt, dass Mary eben zu diesem Hof fährt, um sich eben selbst ein Bild zu machen, weil die Bewohner halt eben nicht akzeptieren wollen, dass sie den Archehof letztendlich verlieren werden. Und ja, sie kommt dorthin und merkt zwar auf der einen Seite, dass sie auf gar keinen Fall irgendwelche Kredite oder irgendwas dort bewilligen kann, dass das eigentlich ein Fass ohne Boden ist und dass es eigentlich verloren ist. Aber auf der anderen Seite schließt sie eben den Archehof an sich und seine Bewohner in ihr Herz. Und so beginnt sie halt sich Gedanken darüber zu machen, was im Leben halt wirklich wichtig ist und versucht halt eben diesen Hof und die Menschen, die dort leben, zu retten. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu beobachten, denn am Anfang ist es so, dass sie halt sehr, sehr zugeknüpft ist, sehr, sehr streng, ein bisschen wie ein Snob ist, dass sie auch so ein bisschen überheblich gegenüber anderen Menschen und auch vor allen Dingen ihren Kunden rüberkommt, weil sie sich das Ganze halt nicht so besonders zu Herzen nimmt. Also im Prinzip entscheidet sie und ja auch die Bank eben über Schicksale und ja, ihre Entscheidung ist halt ausschlaggebend, wie das zukünftige Leben dieser Menschen verlaufen wird. Da macht sie sich nicht unbedingt Gedanken drüber, beziehungsweise wenn sie sich Gedanken drüber macht, dann will sie es nicht an sich ranlassen. Und in diesem Buch beginnt sie halt eben darüber nachzudenken, was das alles für Folgen haben könnte. Und immer wenn sie fremde Menschen trifft, dann assoziieren die ihren Namen direkt mit Mary Poppins. Also sie heißt ja Mary Popp. Und dann denken sie halt eben immer an diese Filmfigur, gerade eben auch, weil sie halt so ein bisschen so gekleidet ist. Also sie trägt zum Beispiel auch immer eine rote Melone, also einen roten Hut. Das kann sie überhaupt nicht leiden. Und irgendwie fand ich auch diese Anspielung total cool und total süß, weil ich finde den Film ganz, ganz großartig. Und ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen. Mary mochte ich im Verlauf des Buches dann von Seite zu Seite auch immer mehr, wo sie halt ihr Herz so langsam geöffnet hat, sich eben über ihre Mitmenschen und auch ihre Kunden dann eben mehr Gedanken gemacht hat. Und generell sind halt eben auch viele Personen vorgekommen, die man direkt in sein Herz geschlossen hat, wie zum Beispiel ihre Mitarbeiterin oder eben einen Mann, den sie tagtäglich um ihre Arbeitsstelle herum trifft. Oder natürlich eben die Bewohner vom Archehof und vor allen Dingen natürlich auch die Alpakas. Es spielt natürlich auch irgendwie eine Liebesgeschichte eine Rolle. Und ja, da war ich auf jeden Fall direkt ein bisschen zwiegespalten, weil ich diesen Typen, den sie sich da auserkoren hat, gar nicht so besonders sympathisch fand. Und was es damit auf sich hat und wie es weitergeht und ausgeht, das muss man natürlich selber lesen. Ich fand das auf jeden Fall irgendwie so ein total schönes Buch für zwischendurch. Es hat einem halt das ein oder andere Mal wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, gerade halt eben auch im Zusammenhang mit diesen süßen Tierchen. Aber eben auch die Charaktere und das ganze Drumherum waren einfach schön. Es war natürlich irgendwie auf dem Land gewesen, umgeben von Wiesen und Feldern. Und ja, das fand ich halt sehr, sehr schön. Und von den Charakteren her mochte ich natürlich auch besonders Bobby total gerne, weil er eben ein herzensguter Mensch ist, der für alle immer nur das Beste möchte. Der einfach immer versucht, alle Menschen zu umarmen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Der Schreibstil war auf jeden Fall auch locker und leicht, war schnell zu lesen. Ich habe das Ganze auch, ich glaube, in ein oder zwei Tagen durchgelesen und dementsprechend hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, für Alpaka-Fans ist das Ganze natürlich auf jeden Fall ein Lesevergnügen und eben auch für alle, die auf Wohlfühlbücher stehen. In diesem Buch geht es dementsprechend, also neben dem Alpaka-Thema, sage ich mal, eben auch um eine Liebesgeschichte. Es geht um Trauer und Verlust, sein Leben dann weiterzuführen und neue Hoffnung zu schöpfen. Und es geht eben auch darum, was wirklich wichtig im Leben ist, dass nicht immer Geld und Macht unbedingt das oberste Gebot sind, sondern dass es eigentlich eher um Menschlichkeit und Zwischenmenschliches geht und darum halt Freundschaft zu finden und Beziehungen einzugehen und dann vielleicht dabei auch die Liebe zu finden. Also mir hat es gut gefallen. Werft mal einen Blick drauf. Was ich übrigens auch noch total süß finde, ist, dass zu jedem Beginn des Kapitels hier oben so ein kleines Alpaka abgebildet ist. Und das finde ich einfach zuckerzucker süß. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass euch die Rezension gefallen hat. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!